Wie unser Pokémon der Film dumm gemacht wurde. Es geht um den scheinbar allerersten Film von Pokémon. Ich glaube 1999 oder so ist der rausgekommen, auch in den deutschen Kinos. Der Ferus hat uns da etwas zusammengeschnitten, was wir uns jetzt mal ein bisschen angucken möchten. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Pokémon der Film war der heiße Shit, als er im April 2000 hier bei uns in den Kinos gestartet ist. Als Kinder damals wussten wir das natürlich direkt bei der Ankündigung. Ich habe das epischste Meisterwerk erwartet. Hardcore, ich muss gestehen, ich habe die Pokémon Serie nie wirklich verfolgt. Aber die Spiele, die Spiele waren halt eben geil. Und die Serie war so, ja okay, das war so das Beiwerk zum Spiel. Das habe ich damals schon irgendwie als nicht notwendig empfunden, wenn man die Spiele mochte. Aber trotzdem, es hat halt eben mit in die Maschinerie gepasst. Von daher alles schön gut. Und den Kinofilm, den musste man damals auch sehen. Beziehungsweise als wir Werbung dafür im TV oder in Zeitschriften gesehen haben. Aber selbst unsere Eltern kamen nicht um dieses Thema drum herum. Nee, ich sage so, 1999 müsste das so etwa gewesen sein. 1999. Darum, die Marketingmaschine lief auf absoluten Hochtouren. So wurde zum Beispiel das Frühstücksfernsehen auf Sat.1 einfach von den Pokémon eingenommen, um den Film zu promoten. Hast du Karten? Ein paar, ein, zwei so. Ist noch nicht viel, oder? Und ich weiß, viele von euch fanden ja schon immer dieses Pikachu Cursed, welches mit dem Pokémon-Bus durch Deutschland unterwegs war. Aber was zur Hölle ist dieses T-Rex-Pikachu-Kostüm? Direkt aus der Hölle um... Ich glaube, das war aber mehr an das Original angelehnt, dieses Pikachu. Er sagte 2004. Hä? Echt? Der hat 2004 gesagt? Moment. Der hat im April 2000 hier bei uns in den Kinos gestartet. Ich glaube, er hat gesagt 2000 hier in unseren Kinos gestartet. Nicht 2004. Also 2000 kann schon passieren. ...den Albträumen zu verfolgen, falls Pokémon irgendwann zu... Ey, das sieht aber aus wie die Deiner Maximierung von Pikachu, oder? Komm, seid doch mal ehrlich. ...zu einer Open Domain werden sollte, erwarte ich das als Horrorfilm. Und ganz ehrlich, das Mautzi ist auch nicht viel besser. Uns hat das auf jeden Fall nicht abgeschreckt, den Film im Kino anzusehen. Und ich fand ihn großartig. Ich weiß noch, wie geflasht ich war, als ich den Kinosaal wieder verlassen habe, mit einer dieser Karten, die es zum Ticketkauf dazu gab. Mit über 3 Millionen Besuchern hielt sich der Film 9 Wochen in den Top 10 der deutschen Kino-Charts und hatte die zweiterfolgreichste Startwoche in dem Jahr. Nur Mission Impossible 2 konnte den Taschenmonstern dort den Rang ablaufen. Doch die... Muss man auch erstmal schaffen. Die Wahrheit ist, eigentlich waren wir blind. Ja, sicher. Mit den Kinderaugen konnten wir nicht hinter die Fassade blicken, die die Erwachsenen vor uns aufgebaut hatten. Denn es gab eine Version des Films, die insgesamt einfach besser war, als das, was uns serviert wurde. Und das war die japanische Fassung des Kino-Blockbusters. Oha, jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was da auf uns zukommt. An das klingt ja... Die Pokémon-Serie wurde ja bekannterweise im Westen stark auf die hiesigen Zuschauer angepasst. Und für die ersten Staffeln des Animes war das US-amerikanische Unternehmen 4Kids Entertainment zuständig. Neben anderen Namen, neuer Musik, ausgelassene Szenen oder Folgen gab es halt auch solche Highlights in der Bearbeitung. Die Donuts schmecken klasse. Die sind mit Marmelade gefüllt. Ja, ein... Hey, hallo? Das sind halt Donuts. Guckt hier, das ist das Loch. Ja, und in dem Loch, wo man jetzt nicht reingucken kann, da ist die Schokolade. Hallo, Taki. Es gibt einfach nichts Besseres auf der Welt. Wie wichtig diese Änderungen tatsächlich für den westlichen Markt und speziell für die Kinder gewesen sind, lässt sich wahrscheinlich von Punkt zu Punkt drüber streiten. Aber wir sind nun mal mit dieser Version aufgewachsen, deswegen gab es zu diesem Zeitpunkt nichts anderes und dies war halt für uns das richtige Pokémon. Und für die meisten ist es immer noch so. Durch den weltweiten Erfolg war es natürlich nur eine Frage der Zeit, dass auch der Kinofilm zur Serie folgen musste. In Japan lief der Film bereits im Juli 1998, während sich Warner Brothers die Rechte außerhalb Asiens besorgte und im März 1999 ankündigte, den Film zu vermarkten. Doch für Warner gab es bei der Umsetzung vor allem ein großes Problem, also neben vielen weiteren kleineren. Das japanische Original würde nicht ausreichen Gut und Böse voneinander trennen. Laut ihnen würden die Zuschauer in der gegebenen Fassung nicht wissen, mit wem sie sich identifizieren oder wen sie anfeuern sollten. Boah, das ist so Warner Brothers, ne? Es gibt ein Anime, der heißt Appleseed. Davon habe ich sowohl den Film, also Appleseed und Manga würde ich jetzt nicht sagen, weil das zu dem Zeitpunkt, als es hier in Deutschland erschienen ist. Ja, kleine Trinkpause. Ja, kleine Trinkpause, sofort, Stößchen. Als es hier in Deutschland erschienen ist, waren Manga noch nicht so populär. Und die kamen dann halt eben als normale Comic-Hefte raus. Und davon habe ich halt eben letztes oder vorletztes Jahr über Geburtstage, Weihnachten oder hast nicht gesehen, nach und nach alle Ausgaben geschenkt bekommen. Also alle Hefte. Und Warner Brothers hat die damals auch in dem Westen vertrieben. Und man merkt halt eben, es kamen zwei Filme von Appleseed raus. Der erste Film war ziemlich gut, also überraschend gut, fand ich. Deswegen habe ich auch gemeint, so, oh cool, da würde ich mal ganz gerne mehr von lesen. Ich glaube, ich brauche mal die Manga. Und dann gab es den zweiten Film, ich glaube Ex Machina oder so hieß der. Und da merkt man halt eben richtig, dass das einfach nur reingefeuert wurde, weil Warner Brothers irgendwie nochmal einen zweiten Film dazu haben wollte. Das hat alle Klischees aufgegriffen, was das westliche Bild halt eben so braucht. Ohne Witz, der zweite Film, der hat richtig, der hat richtig, das war richtig Warner Brothers. Während der erste noch so richtig mit einem coolen Soundtrack um die Ecke gekommen ist, so hat halt eben der zweite nur noch komplett Schnulls vertrieben. Und das ist halt eben genau das, ne? Alte Menschen entscheiden darüber, was Kinder sehen, wovon sie ausgehen, was Kinder interessieren würde. Und der harte Cut zwischen Gut und Böse muss ja klar getrennt sein, weil sonst passt das ja in das westliche Weltbild nicht rein. Und zwar totaler Bullshit. Ganz im Ernst. Das wäre in einem Land wie die USA nicht sinnvoll umsetzbar. Das war der Ausgangspunkt dafür, was mit der Rolle von Mewtwo in dem Film noch angestellt werden würde. Natürlich wollte Warner diese Veränderungen nicht selbst durchführen, sondern gab diese verantwortungsvolle Aufgabe an 4Kids Entertainment unter der Führung von Norman Grosefeld ab. Grosefeld war für die Produktion von insgesamt 8 der Pokémon Staffeln bei 4Kids zuständig und noch weiteren Serien wie Yu-Gi-Oh! Ähm, komm, der wirkt so ein bisschen hier wie der Typ von The Office, oder? So ein bisschen. Der sieht auch irgendwie wirklich als wären das Zwillinge, oder? 8 der Pokémon Staffeln bei 4Kids zuständig und noch weiteren Serien wie Yu-Gi-Oh! Außerdem war er ebenfalls ein Musiker und hat mehrere Songs für das erste Pokémon Album beigesteuert. Somit stand die Richtung, in die es für Pokémon der Film gehen sollte, eigentlich schon ziemlich fest. Es sollte halt eine ähnliche Behandlung erhalten wie die Serie, was durchaus Sinn ergeben hat. Denn die Kids wollten halt das Pokémon, welches sie bereits aus dem Fernsehen kennen, nur halt auf der Kinoleinwand. Die Auswirkungen auf die Handlung des Films waren gefühlt aber noch gravierender als in der Serie. Mew vs. Mew 2 The Pokémon Match of all time is here Pokémon, the first movie Echt, das kam als the first movie raus, die Werbung? Ernsthaft? Ja, Löchen, André, grüß dich. Das kam als first movie raus, also als hätten die schon gewusst, dass es noch einen zweiten, dritten, vierten und 38.000. Teil gibt. Und so kam es, dass der Film unter dem Titel Pokémon the first movie am 10. November 1999 in Nordamerika und einigen weiteren Ländern in den Kinos startete. Bei uns dauerte es dann ja noch knapp ein halbes Jahr. Direkt beim Start in den USA waren einige Kinos mit dem Andrang überfordert und die Sammelkarten, die es dort ebenfalls zum Ticketkauf dazu gab, waren so schnell weg, dass nicht ansatzweise alle welche bekommen konnten. Und das, obwohl Warner damit gerechnet hatte, dass die Karten für die Startwoche ausreichen würden. Es ging wirklich unter keine Kuhhaut, was dort abging. Doch während der Film an den Kinokassen ein richtiger Brecher war, waren die Kritiker nicht ganz so angetan von dem, was den Kindern gezeigt wurde. Das ist aber normal, oder? Das ist doch normal. Das ist doch wie mit einigen Spielen. So Kritiker so, äh, voll kacke, weil wir kein Preview bekommen haben. Und dann Fanbase so, ey, voll cool. Vielleicht nicht so gewollt, wie es gemeint war, aber hey. Das hatte aber dieses Mal nichts damit zu tun, dass sie Pokémon nicht richtig verstanden haben oder es als Gefahr für die Kinder sahen, sondern vielmehr bezog sich die Kritik auf die Botschaft, die dort hinter stand. Denn dass Kämpfen etwas Schlechtes sei, stand stark im Kontrast zur Serie und den Spielen. Und ja, in einem Pokémon-Film zu sagen, dass Pokémon nicht gegeneinander kämpfen sollen, ist absolut hirnrissig. Müssen wir uns nicht lange drüber unterhalten. Das wäre so, als würde ich sagen, dass Fußballspielen bei den Kickers und Tsubasa verboten werden sollte. Und diese Kritiken sind halt auf die Änderungen zurückzuführen, die 4Kids an dem Film vorgenommen hatte. Deswegen kommen wir ab diesem Punkt nicht mehr drum herum, uns anzuschauen, was genau sie gegenüber dem japanischen Original verändert haben. Denn im Gegensatz zu den USA wurde der Film in Japan sehr gelobt, gerade für die Themen, die dort angesprochen wurden. Jetzt bin ich, ich bin mal echt gespannt, was es, äh, was es da für Unterschiede gab. Gleich vorweg, direkte Bildvergleiche können wir uns im Prinzip sparen, da 4Kids hier keine Veränderungen beim Bildmaterial vorgenommen hat. Und es gab auch keine Zensur in Form von Schnitten. Die einzigen Unterschiede, die es an der Stelle zwischen der japanischen Fassung und die Version gab, die wir zu sehen bekommen haben, waren sehr offensichtliche Sachen wie die Titel-Einblendung des Films oder die Übersetzungen der Credits. Sogar das einzige japanische Schriftzeichen, welches im Original vorgekommen ist, durfte in der westlichen Fassung drin bleiben. Was wahrscheinlich daran lag, dass der englische Begriff direkt daneben stand. Sowieso war jeder Text, der im Film auftauchte, bereits englisch und musste nicht abgeändert werden. Gut, das hat 4Kids bei manchen Serien auch nicht davon abgehalten, solche Sachen auszutauschen, aber... Welcome to Goblin Soccer Westgate? Fokus pokus US welcome? Hä, aber das ist ja... Hä? Von solchen Editierungen verschont. Das einzige, was man vielleicht anmerken könnte, wären die Unterschiede zwischen der Kinofassung, die in Japan 1998 lief, und den späteren Disco-Lease, beziehungsweise das, was dann bei uns zu sehen war. Wie so oft wurden im Nachgang noch einige Kameraperspektiven verändert oder wie hier der Himmel mit Computereffekten ausgetauscht. Es wurde allgemein einfach mehr CGI hinzugefügt oder bestimmte Animationen ausgebessert. Und das gar nicht mal so wenig. Aber ja, das sind halt Sachen, die die Japaner selbst abgeändert haben und nicht Warner oder Full-Kids. Wobei die wohl auch nicht ganz unschuldig an diesen Ausbesserungen waren, denn wie auf der offiziellen Seite des Films zu lesen war, wurde all dies für den US-Kinorelease getan. Und diese geupgradete Version wurde ab dem Zeitpunkt dann immer verwendet und ausgestrahlt, ebenfalls in Japan. Ob diese hinzugefügten Computereffekte den Film gut getan haben oder eher geschadet, muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ist halt eine ähnliche Geschichte wie bei den Star Wars Filmen. Den einen gefällt es, den anderen nicht. An der Laufzeit des Films haben diese Veränderungen aber nichts getan. Aber habt ihr das gesehen gerade? Guck mal, hier haben die Windmühlen auch mehr als 3 FPS. An der Laufzeit des Films haben diese Veränderungen aber nichts getan. Mit einer Ausnahme. Und das ist wiederum deutlich interessanter. Die Japaner haben der neuen Fassung einen knapp 10-minütigen Prolog hinzugefügt. Dort wird die Story von Mewtus Geburt erzählt und der Hintergrund um seinen Charakter deutlich erweitert. Ursprünglich handelte es sich dabei um ein Radio-Drama, welches in Japan kurz vor dem Film-Release übertragen wurde. Halt ohne Animation, nur der Ton. Logisch bei einem Radio-Drama. Es sollte den Film zusätzlich promoten. Später wurde es dort noch auf CD veröffentlicht. Für den US-Release wurde diese Vorgeschichte genommen und mit Animation versehen. Doch da ihr euch bestimmt daran erinnert, diesen Teil nicht im Kino gesehen zu haben, haben 4Kids und Warner die Geburt von Mewtwo fast komplett aus deren Kinofassung entfernt. Dafür kann es eigentlich nur zwei Gründe gegeben haben. Entweder weil es sich nicht in die Handlung eingefügt hat, welche sie für Mewtwo neu geschrieben hatten. Oder weil es die Laufzeit zu sehr erhöht hätte. Kinofilme für Kinder werden ja eher gern kürzer gehalten als zu lang. Da muss ich jetzt aber auch mal kurz einhaken. Das finde ich ja wiederum, das ist ja dann schon wieder Bullshit. Wenn man da so 10 Minuten, oder selbst wenn es nur 5 Minuten sind, weil man halt eben kein Hörspiel draus macht, länger gemacht hat, ey ganz im Ernst, hätte man auch Pikachus Ferien einfach mal kürzen können, oder? Das war ja wohl nur wirklich unnötig. Eine halbe Stunde lang Pokémon dabei anzugucken, wie sie im Ferienlager ihren Namen schreien. Alter, so dumm. Außerdem hätte es das Wiedersehen mit Ash und Pikachu noch um weitere 10 Minuten hinausgezögert. Und das hat im Original-Cut bereits über 10 Minuten gedauert. Welches Kind wäre schon 20 Minuten ruhig im Sitz geblieben, bis dann endlich die Hauptcharaktere auftauchen? Wer wäre 20 Minuten im Sitz geblieben? Hallo? Ich wiederhole nochmal. Die haben einen Film vor dem Film gezeigt. Und der Film war scheiße. So, da wünsche ich mir doch, so nachhaltig gesehen, doch vielleicht ein bisschen mehr Story für den Original, also für den Hauptteil des Films, oder für den Hauptfilm. Allein wäre halt schon eine Anime-Folge gewesen. In den USA und auch bei uns wurde es dann erst auf die DVD von der direkten Fortsetzung Mewtwo Cat zurück draufgepackt, als Bonus-Material. Leider ohne deutsche Synchronisation. Naja, bis auf die knapp 2 Minuten davon, die es dann in den Film geschafft haben. Aber worum ging es überhaupt in diesem kurzen Ausschnitt? Im Prinzip erfahren wir hier, wie das Projekt mit Mewtwo überhaupt zustande gekommen ist. Giovanni hatte Dr. Fuji damit beauftragt, einen Klon von Mew anzufertigen. Und Dr. Fuji nutzte die Gelder, um das Klon-Projekt weiter voranzubringen, damit er seine verstorbene Tochter Ai, beziehungsweise Amber, zurückholen kann. Seine Frau fand diesen Gedanken nicht so prall und hat ihn wegen dieser Besessenheit verlassen. Also blieb er allein zurück, um das Projekt fortzusetzen, um zumindest seine Tochter wiederzusehen. Mewtwo konnte in der Zeit aufgrund seiner telepathischen Kräfte mit Amber und den anderen Klonen kommunizieren. Doch alle außer er selbst haben den Klon-Prozess nicht überlebt. Da kommt übrigens der ursprüngliche Gedanke der Heilungskräfte der Tränen her, den wir später bei Ash aus erster Hand erleben dürfen. Denn Amber erzählt Mewtwo, als dieser anfängt zu weinen, dass nur lebende Wesen Tränen vergießen, wenn sie Schmerzen verspüren. Und dass Menschen die einzigen sind, die in Tränen ausbrechen, sobald sie traurig sind. Also was ist Mewtwo? Daraufhin wird Mewtwo in einen Tiefschlaf versetzt und verlieht die Erinnerung an die Zeit mit Amber und den anderen Klonen. Dann setzt im Prinzip der Film ein, wie wir ihn kennen. Es ist nur eine kurze Einführung für Mewtwo, aber sie fühlt sich für seinen Charakter unheimlich wichtig an. Ich kann aber vollkommen verstehen, weshalb das Ganze für die Kinofassung entfernt wurde. Aber zumindest für die VHS und DVD hätte der Teil beim eigentlichen Film vorhanden sein müssen. Aber gut, das ist er ja bis heute nicht. Selbst bei den aktuellsten Veröffentlichungen fehlt es und ist dort nicht einmal als Bonus enthalten. Also hatten wir bisher, was sich szenenmäßig verändert hat, bevor der Film überhaupt zu uns gekommen ist. Und einen Zusatzplot, der es am Ende nicht in die Kinofassung geschafft hat. Ein Zwiftplot. Das hat sich jetzt eigentlich am Film selbst erinnert, den wir dann tatsächlich sehen konnten. Und dazu zitiere ich am besten Norman Grosfeld selbst. Unsere erste Herausforderung war es, den Film umzuschreiben und das neue Skript passend über das bestehende Bildmaterial zu legen. Außerdem haben wir den gesamten Film mit neuer Musik versehen, um mehr die amerikanischen Kinder anzusprechen. Also ja, es hat sich so einiges getan. Wie wir es bereits von 4Kids gewohnt sind, wurden viele Momente, die im Original eigentlich keine Musik im Hintergrund hatten, in der US-Fassung und damit natürlich auch bei uns mit ihrer eigenen Musik unterlegt. Kann man später verkaufen. Das kann man später verkaufen. Als Original-Soundtrack. Der von John Löffler komponierte Soundtrack für 4Kids und Warner hört sich insgesamt etwas Kino-reifer an. Aber auch hier ist es eine Geschmackssache. Trotzdem muss hinterfragt werden, wie viel Sinn es überhaupt ergibt, den Soundtrack komplett auszutauschen. In meinen Augen, beziehungsweise in dem Fall Ohr. Und da ist sie. Ja, habe ich es gesagt. Man kann einfach Geld damit machen. Das waren absolut gar keinen. Wichtiger war da schon die Umsetzung des Intro-Songs, der auch in der deutschen Fassung komplett neu eingesungen wurde und ohne Beteiligung von Andi Knote und Noel Pix. Trotzdem sehr nice geworden. Und hier muss ich mich kurz selbst korrigieren, als ich vor wenigen Minuten sagte, dass 4Kids nichts am Bildmaterial verändert hätte. Hier an dieser Stelle gibt es tatsächlich einen Moment, wo in unserer Fassung Mashomai merkwürdigerweise zweimal mit derselben Animation aus dem Pokéball kommt. Das gibt es im Original überhaupt nicht. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, weil es die Szene nicht einmal verlängert, weil einfach dafür die Szene fehlt, wie Ash den Pokéball in die Luft wirft. Weirde Entscheidung. Im japanischen gab es hier selbstverständlich das eigene erste Opening zu hören. Beim großen Kampf ohne ich in die Originale gab es hingegen keinen deutschen Song. Aber trotzdem mit Brother My Brother von Blessed Union of Souls ein irgendwie passenden Track. Das Lied löst bei mir immer noch pure Nostalgie aus. Die japanische Fassung hat hier nur einen zwar passenden Soundtrack, der aber ohne Lyrics auskommt. Beim Abspann wurden von Warner ordentlich viele Lieder reingehauen. Wahrscheinlich um die Musik-CD zu verkaufen und den ganzen Stars zu rechtfertigen, die dabei waren. Darauf waren unter anderem auch Songs von Britney Spears und Christina Aguilera enthalten. Während das Original mit einem einzigen Lied im Abspann auskam. Manche Soundeffekte wurden eben... Ja, ist halt eben aber auch so dieses typische, typisch westliches Ding. Ich meine, überleg doch mal, von wem kamen denn die ganzen, von wem kamen denn die alten Sailor Moon Zeitschriften? So, die waren alle von RTL 2. So, oder ich glaube, EHAPA sogar? EHAPA Verlag mit RTL 2 zusammen. So, RTL 2 hat das Bildmaterial geliefert. Das ist so ein typisches Ding. Du wirfst einfach noch irgendwas rein, was keinem schadet, aber du kannst es dann trotzdem durch diese leichte in Häkchen Aufwertung einfach mal nochmal richtig massig viel Geld bei rausholen. Weil so, oh, cool, ich muss alles von Pokémon haben. Ich brauche jetzt genau diesen... Ich brauche jetzt am besten auch diesen Blurak-Klon, weil der mit dieser Maserung viel cooler aussieht. Ich brauche diesen Soundtrack. Ich brauche dies, brauche jenes. Und die Kinder sind ja eh drauf abgefahren. Und ich nehme mich da nicht mal raus. Ich bin da auch drauf abgefahren. Ich habe zwar nicht so viel Geld rein investiert, wie ich schon sagte. Ich habe hauptsächlich in das Videospiel investiert. Also mehr Zeit ins Videospiel, wenig Zeit in alles andere von Pokémon. Also ich brauchte den ganzen Pokémon-Merch einfach nicht. ... falls ausgetauscht oder an manchen Stellen sogar neu hinzugefügt. Aber diese Momente sind nicht ganz so entscheidend. Wesentlich entscheidender waren hingegen die neu geschriebenen Dialoge. Durch diese hat der Film wirklich einen komplett anderen White bekommen. Und jeder merkt beim Vergleich sofort, wie Vorkritz versucht hat, die ganze Thematik, um Mewtwo aus dem japanischen Original abzuschwächen. Hier, 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 ganz kurz noch mal, ganz kurz noch mal. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Ne? Ich habe, wir haben gesagt, ne? Wugla-Mat, äh, nicht Wugla-Mat, äh, hier, Final Fantasy XIV, ähm, Soral-Jar, da ist er. Ja, da ist er, bevor er losgezogen ist, To the World anzugreifen. So, das ist doch akkurat. Das ist doch akkurat, äh, hier, Soral-Jar, der da, der da steht, oder nicht? Ihr Final Fantasy XIV-Spieler. ... ein Original abzuschwächen. Also eigentlich kann der Film keine fünf Minuten am Stück geschaut werden, ohne dass Pokémon-Fans auf größere Veränderungen treffen. Aber gerade Mewtwo trifft es halt besonders hart. Bitte habt Gnade mit mir, denn ich werde garantiert nicht auf jeden neuen Dialog eingehen. Ansonsten sitzen wir ja noch bis Weihnachten und ich müsste wieder die Pokémon-Weihnachts-CD rausholen. Und ich glaube, das will absolut niemand. Zum Glück gab es bereits mehrere Leute, die beide Versionen komplett auf Englisch niedergeschrieben haben. Also falls euch wirklich der Unterschied jeder einzelnen Zeile interessiert, packe ich euch die Links in die Videobeschreibung. Für dieses Video hier ist aber erstmal nur wichtig, wie die Dialoge den Film und die Charaktere im Gesamten verändert haben. Und das hat wie gesagt gerade Mewtwo am härtesten getroffen. In der Vorkitsfassung wurde das Klon-Pokémon zu einer Art Despot, einen Tyrannen, umgeschrieben. Er will die alleinige Herrschaft und über allen Pokémon und Menschen stehen. Das Ganze hervorgerufen durch die Menschen, die ihn benutzt haben und seinen Hass auf Mew. Im Gegensatz dazu ist Mewtwo im Original auf der Suche nach den Gründen seiner eigenen Existenz und was für einen Platz er in dieser Welt einnehmen soll. Und diesen Planeten von all jenen befreien, die sich mir widersetzen. Die Welt wird meine Warnung erhören. Die Herrschaft von Mewtwo steht unmittelbar bevor. Die Frage, wer er sei und warum er erschaffen wurde, stellte er sich im Laufe des Films des Öfteren. Und weil er keinen Platz findet, erschafft er sich seinen eigenen Ort, um Leben zu erzeugen. Was, wie ihm von Dr. Fuji gesagt wurde, nur Menschen oder Götter können. Denn was ist Mewtwo? Ein Mensch? Ein Pokémon? Oder vielleicht ein Gott? Das Einzige, was Mewtwo sucht, sind die Antworten auf diese Fragen und seinen eigenen Wert. Also wenn er andere starke Trainer zu sich holt und diese sowie Mew besiegen kann, dann hat er selbst doch einen Wert, oder? Im Original ist Mewtwo also mehr oder weniger ein sympathischer Gegenspieler, während er in der westlichen Fassung zu einem sehr eindimensionalen Bösewicht gemacht wurde, der im Prinzip nur die Welt brennen sehen möchte. Hier und dort blitzt die Frage der eigenen Existenz ebenfalls noch auf, gerade am Ende des Films, aber das wurde so weit runtergeschraubt, dass dies keine sonderlich große Beachtung findet. Er hegt also eigentlich keinen Groll gegen die Menschheit oder andere Pokémon. Ja, man könnte schon fast Mitleid mit ihm haben, zumindest halt im japanischen Original. Und das war die bereits angesprochene Abgrenzung von Gut und Böse, welche Warner und 4Kids einfach nicht stark genug gewesen ist, obwohl halt Ash in dem Film mitspielt. Ihr wisst schon, der Held aus der Serie und einer der Hauptgründe, um den Film im Kino zu sehen. Das finde ich jetzt aber überhaupt nicht schlimm, ne? Also ich meine, diesen Story-Arc halt eben aufzubauen, wo Mewtwo eigentlich voll die Identitätskrise hat und so weiter, das finde ich sogar ziemlich, das finde ich wirklich besser. Ja, 4Kids hat die... Das würde die Charaktere auch nochmal ein bisschen angenehmer, ein bisschen dynamischer machen und nicht so immer, immer dieses Gut gegen Böse, sondern halt eben auch so ein bisschen dieses, ja, ein bisschen tiefergehend halt. Wo es amerikanischen Kinder immer schon für dumm gehalten. Durch die Veränderung des Charakters von Mewtwo ging natürlich die gesamte Botschaft vom Film verloren. Statt zu verstehen, dass jedes Leben wichtig sei, egal was, wer man ist und es keine Rolle spielt, wie ein Lebewesen erschaffen wurde, bleibt in der westlichen Fassung des Films nur noch übrig, dass Kämpfen doof ist. In einem Pokémon-Film, einem Franchise, wo es ums Kämpfen geht. Und da macht es keinen Unterschied, ob sie mit Attacken angreifen oder sich einen ordentlichen Slap verpassen. Es ergibt einfach keinen Sinn. Eine der emotionalsten Szenen unserer Kindheit, als Ash von den Attacken von Mew und Mewtwo getroffen wurde, erhält mit dem Kontext der zusätzlichen Geschichte von Mewtwos Ursprung natürlich noch eine tiefergehende Bedeutung. Ey, das ist doch ein richtiger Moment, wo man Tränen in den Augen gehabt hätte, wenn... Was für ein Plottwist das gewesen wäre. Jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, Sanishi, grüß dich und vielen lieben Dank für deinen elften Monat. Ey, krass. Ey, alleine was für ein Plottwist das gewesen wäre. Mewtwo sieht sich auf einmal selber, die Erinnerungen kommen wieder und er sieht seine Kindheitsfreundin und so weiter. Oh Mann, ey, das... Oh Mann! Ich meine, Hände hoch, wer damals im Kino Pipi in den Augen hatte, als Pikachu versucht hat, Ash zurückzuholen und dann anfängt zu weinen. Nö. Ich war schon damals ein empathieloser Sack, der sich nicht in den Kopf anderer hineindenken konnte oder hineinfühlen konnte. Nein, ganz im Ernst, Ash war mir als Charakter so dermaßen piepegal, weil der war ja immer noch kein Pokémon-Meister. Ich ja schon, ja, ich habe ja die Top 4 schon besiegt gehabt und Pokédex war voll mit 150, damals nur 150 Pokémon, ohne irgendwelche Sheep-Module oder Glitches auszunutzen oder sonst irgendwas. So, also, und dann kommt Ash mit Pikachu und ich denke mir so... Mit dem Wissen, was Ember zu Mewtwo gesagt hat, dass nur Menschen anfangen zu weinen, wenn sie traurig sind, endet in diesem Moment für Mewtwo die Suche nach der Antwort der eigenen Existenz. Denn es spielt keine Rolle, was oder wer er ist, Pokémon oder Mensch. Die Hauptsache ist, dass er am Leben ist und allein das gibt ihm einen Wert in dieser Welt. Aber zugegeben, da in der ersten Ausstrahlung in Japan im Kino diese Einleitung ebenfalls fehlte, möchte ich das der Vorkitzfassung nicht zu streng anrechnen. Ja, macht ja nichts. Wäre trotzdem ein... das wäre ein komplett anderer Film geworden. Das wäre ein komplett anderer Film geworden mit unglaublich geiler Story, richtig packender Story, erwachsener Story. So, das war das, was ich den ganzen Pokémon-Filmen die ganze Zeit so angekreidet habe, dass die halt eben wirklich für das durchschnittliche Publikum von Sechsjährigen geschrieben wurden, ne? Hier, ähm... Wie... äh... Wie... Kommt man damals im Laden von Nintendo freischalten bei einem Event? Hä, das... das gab's doch... das gab's nur beim... beim Poké Day. Gab's das auch in Deutschland? Also wenn, dann gab's das wirklich nur in den großen Städten. Also es ist... Bevor... bevor es diese Online-Events gab, ne? Wo irgendwas zelebriert wurde, musste man halt... also musste man halt eben wirklich nach Dortmund, Hamburg, München und Berlin fahren, glaube ich. Irgendwie sowas. Immer zum... zum Poké Day. Der... der ist dann so in der Woche irgendwie so rumrotiert und dann musste man da... musste man da hin und dann konnte man das... Das war richtig kacke. Das war richtig, richtig kacke. Ja genau, heute wird's hinterhergeschmissen. Aber... ähm... lange Rede kurzer Sinn. Ich find's... ähm... ich find's schade. Weil... ich hab... ähm... Weil ich hab halt eben auch schon gesagt, ich finde... ähm... Also ich find's schade, dass die Pokémon-Filme alle so halt eben für... für das Low-Brain... ähm... für den Low-Brain-Zuschauer gedacht sind. Und dann kam aber... äh... dann kam aber der... der Detective Pikachu. Und da muss ich sagen, den fand ich richtig gut. Der hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich das... weil's sich so zumindest mal nicht angefühlt hat, wie... ähm... die Leute, die da am... am rumwerkeln sind, wollen uns für dumm verkaufen oder so. Das hat sich richtig gut angefühlt als... ähm... als Film. So, aber... mit... mit dieser... ähm... mit dieser... diesen 10 Minuten Vorinszenierung, ganz im Ernst, dann wäre der Film halt eben 80 Minuten lang. Oder lass es 70 Minuten sein. So, aber ganz im Ernst, dann scheiß doch auf dieses blöde Pikachus-Ferien, ey. Ja. Süß. Ich find's auch... ähm... Findest du das auch süß, wenn ich 24 Stunden hier gegenlaufe und die ganze Zeit nur meinen Namen sage? Ich fand's total hohl. Dafür... dafür wurde uns ne Story... ähm... Story-Ark geklaut im Film. Und der gesamte Story-Ark ergibt... ergibt... ergibt auf einmal viel... würde viel mehr Sinn damit ergeben. Sie hat ja grad bei der Frage Ja gesagt, oder? Nein, hat sie nicht. Sie hat gesagt vielleicht... Grüß dich, Körbs, mein guter Hallöchen! Zoom. Und durch die Erklärung am Hafen, dass nach einer Legende die Tränen der Pokémon das Leben zurück auf die Erde gebracht haben nach einer Sintflut, gibt es zumindest eine gewisse Erklärung, auch wenn die Tiefe dahinter wie in der japanischen Fassung fehlt. Ansonsten wurden natürlich wieder die verschiedensten Gags von 4Kids eingebaut. Dabei hat man in der deutschen Fassung zumindest Dinge angepasst, wenn sie hier nicht funktionieren. I didn't know Vikings still existed. They mostly live in Minnesota. Das der Wikinger würde es gar nicht mehr geben. Die gibt es meistens in Freilichtmuseen. Doch auch Fehler schlichen sich ein. Plötzlich ist Nidoqueen ein Wasser-Pokémon im Dub, weil sie unbedingt darauf aufmerksam machen wollten, dass der Trainer auf diese Art spezialisiert ist. Das gab es im Original nicht. Oder Team Rocket verwechselt die Pokémon in der Maschine. Zinsala? Oder Team Rocket verwechselt die Pokémon in der Maschine. Zinsala? Also ich fand das immer sehr, sehr gut, wenn mein Zinsala-Schlitzer auf... ...oder Zerschneider gewirkt hat. Ja, vor allem mit seinen Flügeln und seinen sichelförmigen Händen. Am I a joke to you? Wobei ich sagen muss, dass es irgendwie zu den dreien passt, dass sie nicht erkennen, was für ein Pokémon sich hinter der Silhouette befindet. Trotzdem ein Fehler, der zunächst nicht beabsichtigt war seitens Full Kids, dann dringelassen wurde, aufgrund der Tatsache, dass Team Rocket diesen Fehler machen könnte. Würde ich nach all dem jetzt behaupten, dass die US-Amerikaner uns den ersten Pokémon-Film zerstört haben? Wahrscheinlich nicht, denn ich liebe den Film in der Fassung, wie ich ihn als Kind gesehen habe. Selbst wenn die Botschaft mit dem Nicht-Kämpfen, weil Kämpfen gleich schlecht, schon wirklich sehr dumm ist. Natürlich fließt für mich hier einiges an Nostalgie mit rein. Und ich muss einfach sagen, objektiv betrachtet ist die Handlung der japanischen Version um Welten besser. Überhaupt keine Frage. Mewtwo wurde extrem schäbig von Full Kids behandelt. Und ich denke, das fasst es ziemlich gut zusammen. Wie mein Kindheits-Ich es beurteilt hätte, wenn er beide Fassungen gesehen hätte, kann ich leider nicht mehr sagen. Was ich aber machen kann, ist euch mit diesem Video zurück in die große Hype-Phase von Pokémon Anfang der 2000er zu schicken. Bleibt nostalgisch und wir sehen uns beim nächsten Video auch schon wieder. Puh, also ja, war ein schönes Video, muss ich sagen, wenig von meiner Seite. Ich bin eher ein ganzes Stück weit schockiert darüber, was abhandengekommen ist. Ich will jetzt den Originalfilm, ich will den haben, den sie eigentlich gedacht haben. Der hatte ja Story. Ja. Der hatte ja viel mehr Story. Tommy, grüß dich, schönen guten Abend, Stößchen. Und das wäre auch viel cooler gewesen. Allein dieser Story-Arc mit Baby Mewtwo, ja, welcher da halt eben mit Mädchen und so weiter. Was? Nein, das ist ein Zehn-Minuten-Teil, der eigentlich vor dem ersten Film spielt. Den haben sie aber rausgeschnitten, weil sie gesagt haben, den Kindern kann man nicht so einen langen Film zumuten. Dafür kamen aber Pikachus Ferien davor geschoben, was auch nochmal 30 Minuten waren. Und haben dafür dann halt eben einen richtig krassen Story-Arc der Mewtwos Verhalten. Gerade gegen Ende, weswegen er dann sagt, ja, bla, sylz, halt eben komplett umdreht. Weil das Mädchen nämlich schon damals, weil das Mädchen damals nämlich gesagt hat, Mewtwo, nur Menschen können weinen, wenn sie großen Schmerz haben oder so etwas. Und auf einmal fangen halt eben die ganzen Pokémon, also um Mewtwo rum, anzuweinen, weil ein Trainer gestorben ist. Und leben damit Ash wieder. Und das ist dann der Moment, wo Mewtwo auf einmal wieder seine Erinnerung bekommt, weil die Professoren ihm oder die Wissenschaftler ihm nämlich gelöscht haben. Und er sich wieder an das Mädchen erinnert, was halt eben im Film nicht vorkommt. Und so, ist das ein geiler Story? Wäre das ein geiler Story-Arc? So, boah. Das finde ich wirklich schade, dass uns das so genommen wurde. Also ein ganzes Stück weit. Und dass halt eben auch die Story von der japanischen und der westlichen Filme trotz der gleichen Szenen sich komplett voneinander unterscheiden. Die haben da einfach den kompletten Text geändert. Von A bis Z. Egal. War schön. Cooler Ratschlag. Wer hat mir das Ganze reingeschickt? Wer war das? Das war der Sascha hat mir das geschickt. Sehr, sehr schön. Danke dafür. Ich würde sagen, weil Tommy schon nachgefragt hat, heute Mana oder was? Nee. Erstmal spielen wir was anderes. Erstmal spielen wir gleich Ninja Brigade. Die Demo davon. Ja, Aja nimmt die Wohnung auseinander. Du wirst hier die ganze Zeit irgendeinen Klopfen, irgendwas, was so aus irgendwelchen Kartons rauszieht und wieder zusammenschiebt und so weiter. Ja, hast du vollkommen recht, Nobu. So. Ich bin dann gleich wieder da. Ich wünsche euch eine erholsame Pause. Und dann geht's mit Ninja Too Late. Genau. Dann geht's weiter mit Ninja Too Late. Bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank.